Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich hätte gerne noch ein Bier. Soll ich dir verrückt oder was, hey? Lass mich jetzt sofort hier raus, der wartet so einer halben Stunde, der unten erwartet dich ewig! Nichts hast du verstanden? Überhaupt nichts! Das ist aber auch nicht gerade sehr damenhaft. Wenn du mich verrätst, dann haue ich dir die Gabel in den Wind! Wir können dich nicht aufnehmen, Momo. Das wird nicht funktionieren. Aufnehmen! Das war unsere Wohnung! Du bist doch mein Bruder! Mein Bruder. Nein! Scheiß werd ich! Und der an der Dorne aneinheber dich erstmal die Augen öffnen, wie ein Blödsinn, dass sie auf so einen Dich überhaupt reingefallen ist! Ist das selber auf ihn reingefallen, du? Jetzt hört endlich auf, ja? Hör mal zu, mein Fräuleinchen! Was erlaubst du dir eigentlich? Du hast, weiß Gott, alle Freiheiten dieser Welt! Ja, komm. Wie mit dir? Ja? Sag, dass es nicht stimmt! Sag, dass sie alles erfunden hat, so einen Stoß nicht zu! Au! 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 Ich will Nico... Nein! Nicht schon wieder Nico! Ich hasse dich so sehr! Du bist so ein Spein! Hey! Meine Mutter hat einen Nerven zusammen und du fragst mich, was los ist? Du bist ein Arschloch, Alex! Ein richtiges Arschloch! Genau, du fieses Arschloch! Ich mach' den Brunner! Da kannst du das schweinliche Pille rausnehmen! Haben Sie noch was gesagt? Wir sind hier auch das Opfer. Opfer? Ein Opfer? Der lügt mir mitten ins Gesicht! Immer, immer, immer lügst du mich an! Verdammte Scheiße nochmal! Verwag' den Brunner! Verwag' den Brunner! Verwag' den Brunner! Verwag' den Brunner! So redest du nicht mit ihr! Klar! Du licht! Oh Gott, Andi! Du musst das ausgerechnet, dieses Arschloch! Diese Segerstein! Was klatsch' dir so blöd? Tut mir schau denn jetzt! Du musst das aus��be Pinterest!